Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von OZAPT. Günther und ich haben es mal wieder geschafft, uns zu treffen. Und ja, wir haben natürlich einiges zu besprechen, vor allen Dingen die drei Thanksgiving Games vom Donnerstag. Und wie es der Teufel will, hat der Günther das Wichtigste kommentiert. Servus, Günther. Das sehen die einen so oder so. Happy Thanksgiving, glaube ich, gilt ja immer noch, oder? Sagt man irgendwie das ganze Wochenende. Der größte Feiertag, das größte Wochenende für Footballer. Hat das Spiel Bills gegen Lions in Detroit, hat es das gehalten, was man sich davor versprochen hat? Für dich aus deiner Sicht? Auf jeden Fall. Es war endlich mal wieder ein Spiel von Bedeutung. Natürlich Detroit jetzt zum Playoff-Kandidat zu machen, ist schwierig. Aber zumindest haben sie nach drei Siegen in Folgen die Chance noch. Also von Platz 10 in der NFC-Tabelle. Da wäre es jetzt nicht unmöglich gewesen, sagen wir mal, mit einem guten Run am Ende. Wir haben jetzt 17 Spiele, also die waren noch nicht abzuschreiben. Haben eben, wie gesagt, drei Siege in Folge mitgebracht, was ihnen auch schon sehr lange nicht mehr gelungen ist, vor einem Thanksgiving-Spiel. Überhaupt erst einmal in ihrer Geschichte vorher. Und dann natürlich die Buffalo Bills als der haushohe Superbowl-Favorit für fast alle, der in letzter Zeit ein bisschen strauchelt. Also eine sehr, sehr interessante Partie, schon im Vorfeld. Und genau so war es dann auch. Also ich war sehr, sehr zufrieden. Alle, die mit an der Übertragung beteiligt waren. Christoph Stadler, Philipp Pavelka, der Experte. Und natürlich die Crew hinter den Kulissen. Muss man immer grüßen. An Thanksgiving gehört sich das so. Wir sind ja da nicht alleine. Die waren alle zu Recht begeistert. Ja, ein paar von der Crew hinter den Kulissen habe ich dann auch mal persönlich kennengelernt. Bei dem Seahawks-Training an der Säbener Straße, da war der Sohn natürlich auch zugegen. Hab Matti Pfanner das erste Mal getroffen. Und Alina und Caro. Und das war sehr nett. Ihr seid alle sehr nett. Aber das sage ich vor der Kamera und hinter der Kamera. Das weißt du Bescheid. Also gut, ich habe mir da auch einiges von versprochen, worauf ich gespannt war. Ob diese Offense von Detroit mit Ben Johnson, der Offensive-Koordinator, der ja einen sehr, sehr guten Job macht, wie ich finde. Seit er übernommen hat, ich glaube während der letzten Saison, hat er dann irgendwann das Amt des Offensive-Koordinators übernommen in Detroit. Also ich finde, das sieht schon echt geschmeidig aus. Vor allem Jared Goff hat mir sehr gut gefallen. Der scheint ja zu Hause auch deutlich besser zu sein, was die Zahlen betrifft. Die belegen das ja, aber das war richtig smooth, oder? Die Lions Offense. Naja, dass er was kann. Ich glaube, das hat Jared Goff im Vorfeld schon bewiesen. Ob er wirklich so gut ist, wie der Pick, den die Rams für ihn verschwendet haben, sagen manche. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, aber gut, dann kommt Stafford, gewinnt den Super Bowl. Von daher kann man sich dieser Argumentation anschließen. Aber dass er ein guter ist, hat er am College bewiesen, hat er auch in der NFL bewiesen. Und dass die Offense gut ist, hat man am ersten Spieltag gesehen. Wir spulen kurz zurück. 38-35 gegen die Philadelphia Eagles verloren in einem wunderschönen Offensiv-Shootout. Und wie gut die Eagles sind, das wissen wir jetzt ja, glaube ich, auch. Kommen wir später, glaube ich, noch dazu, oder? Korrekt, ja. Ein Spiel haben wir uns natürlich rausgepickt, um vorauszublicken. Das ist wie immer das Sunday-Night-Game zwischen den Eagles und den Packers. Aber nochmal zurück zu den Lions. Was, glaube ich, schon entscheidend ist in der Offense, und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug hängen, ist Amon Ra, Sam Brown. Also ich meine, der Typ hat wieder ein Sensationsspiel gemacht. Neun Catches, 122 Yards, Touchdown. Zum Schluss finde ich, ich glaube, letzte Aktion oder vorletzte. Ein wichtiges First-Aware-Laufen. Genau, und eins dann, die letzte Aktion, da hat er sich dann, glaube ich, verletzt. Da habe ich schon wieder Angst gehabt, dass es wieder irgendwas am Knöchel ist. Aber ich glaube, bei dem allerletzten Pass stand er dann wieder auf dem Platz von Jared Goff. Was sagst du zu Amon Ra, Sam Brown? Er war ja auch verletzt ein paar Wochen. Und da hatte Goff dann wirklich Probleme in den Spielen. Also wie wichtig er ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, oder? Also die Rekorde sind ja bekannt, haben wir alle nachgelesen, haben wir auch in epischer Breite natürlich in unserem Vorbericht dann am Donnerstag nochmal gezeigt, dass er im Prinzip nur durch die Verletzung davon abgehalten wurde, alleiniger Rekordhalter in Sachen Spiele mit den meisten Catches zu werden. Acht hat er hintereinander mit mindestens acht gefangenen Bällen. Dann hat er zur Halbzeit vier gehabt und musste verletzt raus. Also es hätte durchaus weitergehen können in diese unglaubliche Serie. Und wenn man die Liste der Namen anschaut, die da auftauchen, dann ist er wirklich einzigartig. Es ist immer für uns schwierig natürlich, weil er hat ja einen deutschen Pass. Er spricht perfekt Deutsch und wird von uns daher immer so ein bisschen als nicht zu Unrecht. Also er sieht das ja genauso als deutscher Wide Receiver gesehen. Und da wollen wir ja nicht zu sehr jubeln, aber bei ihm ist es erlaubt. Er ist ein absoluter Top-Superstar. Er ist einer und das macht es ja aus, auf den sich die gegnerische Mannschaft vorbereiten muss. Im Defense-Meeting wird hundertprozentig Amon Rasen-Brown, seine Routen, sein Zusammenspiel mit Jared Goff, das immer besser wird, zerlegt. Und das macht eben einen Ausnahmespieler aus. Er fängt alles. Ich glaube, neun hat er gefangen, zehnmal wurde er angespielt. Er läuft, er blockt gut. Das wird oft auch noch vergessen. Also ein absolut kompletter Receiver, der ja von der Defense-Seite kommt. Vielleicht ist er deshalb so gut, weil er hat ja im Highschool und auch anfangs College noch ein bisschen Linebacker gespielt. Das soll er sehr erschreckend gewesen sein für viele. Vielleicht ein bisschen anders seist für einen Linebacker. Ja, in der Highschool glaube ich. Ja gut, da geht es noch. Da war er schon ausgewachsen wahrscheinlich. Ich glaube halt, dass Sam Brown so unfassbar schwer zu verteidigen ist, weil er halt fast nur aus dem Slot unterwegs ist und sensationelle Routen läuft. Also das hast du jetzt auch am Donnerstag wieder gesehen. So dieses berühmte, den Cornerback auf dem Bierdeckel ausgespielt und der wusste gar nicht, was los ist. Und das hast du halt in jedem Spiel, jede Woche ist er halt ein Kandidat für bis zu zehn Catches. Also Respekt, ich bin großer Fan. Er hat ja in Deutschland Besuch gehabt in der Offseason und da war er unter anderem im aktuellen Sportstudio und hat da ein Interview gegeben. Hat auch ein Interview gegeben mit Jan Weinreich. Für die Footballerei hat er das gemacht. Und ja, ein total netter Typ. Also wahnsinnig sympathisch und nicht so bla bla finde ich. Also ist er keine Phrasenmaschine, sondern ein ganz netter Typ, muss ich sagen. Die sind ja nicht körperlich gut, die drei Jungs. Sie sind ja drei Brüder, wissen wir ja alle. Iguanimeus spielt ja noch bei den Chicago Bears auch nicht so schlecht, nicht so auffällig. Osiris ist jetzt nicht mehr als Footballer unterwegs, aber die wurden ja vom Vater schon quasi trainiert, körperlich. Aber die Mutter hat die geistige Seite übernommen. Also die alle in der Schule extrem gut, mussten dann auf eine französische Schule. Also die sprechen auch perfekt Französisch. Englisch ist naheliegend, aber eben auch sehr gut Deutsch. Und diese Intelligenz, die hat er aufs Footballfeld übertragen. Und zusammen mit Jared Goff geht er halt sehr, sehr viel Spielzüge auch durch. Im Vorfeld schon, die verstehen sich, man sagt immer blind, aber das ist schon viel Arbeit dahinter, viel Vorbereitung. Er findet die Softspots, läuft perfekte Routen und dass er alles fängt, das ist auch bekannt. Weil er ja diese Wahnsinns-Einstellung hat. Ich glaube nach wie vor jeden Tag 202 Bälle von der Ballwurfmaschine nach jedem Training. Vorher hört er nicht auf. Du hast vorher schon Rekorde angesprochen, die Sam Brown hätte brechen können, wenn er sie nicht verletzt hätte. Jamal Williams, der Running Back der Lines, hat jetzt 13 Touchdowns. Nein, nein, 13 Touchdowns. Barry Sanders hatte 16 Touchdowns 1991 und 14 1989 für Detroit. Also das dürfte er beide vermutlich relativ zeitnah dann knacken. An der Goal-Line ist für Fantasy immer ein bisschen schwierig. Ich habe Jared Goff in unserer gemeinsamen Liga, in der du mich übrigens letzte Woche geschlagen hast. Nochmal vielen Dank dafür, Günther. Da bin ich in Amari Cooper reingerannt und noch, wen hast du noch als Receiver? Das war, beide haben mich komplett zerstört. Allein die zwei keine Chance gehabt. Ich glaube, ich hatte den, habe ich da nicht kittelt und lag doch noch zurück am Sonntagabend. Und dann kam Monday Night und dann war das Thema erledigt. Es war relativ eindeutig. Sorry dafür. Sagen wir es mal so. Das stimmt, am Ende. Also das war so ein Spiel, da ging alles auf bei mir. Das muss man in der Tat sagen. Und jetzt musst du aber hier alles gewinnen. Du musst jetzt einen auf Packers machen. Du musst jetzt jedes Spiel gewinnen. Ich bin zu weit zurück, aber... Ja, theoretisch. Was sagst du? Aaron Rodgers habe ich noch drauf, aber ich hätte Trevor Lawrence auf der Bank. Bin immer noch nicht ganz entschieden, wen ich dann starten lasse. Beides eklige Matchups, würde ich mal behaupten. Aber gut, jeder, der Jamal Williams hat, der wird sich freuen, weil das war kein hoher Draftpick im Fantasy. Gut, also Detroit hat super mitgehalten, haben aber dann halt zu viele Fehler gemacht. Haben sich mal wieder, muss man ja in dieser Franchise-Geschichte schon so sagen, selbst ins Bein geschossen. Jamal Williams hat den Fumble in der ersten Halbzeit, der so einen Drive gekillt hat. Dann Jared Goff hat ein Safety genommen, was auch aus einer weiteren Red Zone Interception von Josh Allen resultierte. Gleich dann der Drive der Lions, war dann Safety, super Pustekuchen, war wohl nix. Und ja, Mike Batchley hat einen Fico verschossen aus, 29 Yards. Und Austin Bryant hat so einen dämlichen Ruffing-the-Passer-Call, den er sich wirklich verdient hat. Dann auch noch committed, was dann, glaube ich, auch ein vierter Versuch gewesen wäre. Wie siehst du die Entwicklung der Lions mit Dan Campbell, so vielleicht zum Abschluss Detroit allgemein? Das sieht schon sehr gut aus alles, oder? Lässt hoffen. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Wir hatten ja auch viele Fragen dazu. Ja, was fehlt den Lions noch? Ein bisschen Defense, Power, klar. Auf der Linie sind sie schon ganz gut besetzt. Auch Defensive Backfield gefällt mir gut. Auch wenn dann erstmal alle wieder fit sind. Sie haben sich jetzt noch einen Wide Receiver geholt, jetzt langsam wieder fit wird, steigt ins Training ein. Muss man abwarten, aber war im College ja auch schon eine Granate. Also wenn der noch dazukommt, müssen wir bei der Offense erst mal Haken dahinter machen. Das heißt, sie müssen auf der Defense-Seite noch ein bisschen arbeiten. Für die Stimmung, für die Motivation sorgt Dan Campbell. Hält den Laden sehr, sehr gut zusammen. Hat ihnen das Gen eingeimpft. Wir können auch gewinnen. Hat noch nicht ganz funktioniert. Also kommt noch nicht bei jedem an. Das war wieder so ein typisches Spiel. Jetzt eben gegen Buffalo. In zwei Jahren würden sie das nicht verlieren, sage ich mal. Wenn sie noch ein bisschen sich da reingearbeitet haben in die Situation. Oh, wir können ja tatsächlich Spiele gewinnen. Aber sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, ich glaube, es geht auch diese Saison nicht darum, in die Playoffs zu kommen. Jetzt stehen sie bei 4-7. Der Zug ist abgefahren. Sie stehen aber auf Platz 2 in der NFC North. Was auch ein Zeichen ist für diese Division. Also naja. Kommen wir kurz zu den Bills noch. Über die reden wir oft genug. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen länger mit den Detroit Lions beschäftigt. Ja, Josh Allen, was sagst du denn? Tony Romo hat in der Übertragung, dein Kollege hat in der Übertragung auch immer wieder gesagt, diese kurzen Dinger, die misst er normalerweise nicht, wenn die Geschichte mit dem Ellbogen nicht wäre. Man weiß es nicht, wie er jetzt gehandicapt ist. Man kann nur spekulieren. Ist es auch dein Eindruck, dass, gut, diese Red Zone Interceptions, die wirft nicht der Ellbogen alleine, sondern sein Kopf? Warum er das jetzt seit Wochen macht, weiß man nicht. Aber hast du das Gefühl, dass da irgendwie physisch was nicht stimmt bei Josh Allen? Weil es wäre schon ein großer Zufall. Es ist schwierig, natürlich vom Zuschauen zu sehen. Aber da waren in der Tat, ich habe das ja auch angesprochen in der Übertragung, da waren schon zwei, drei Pässe dabei. Da schüttelst du den Kopf und was ist denn da los? Dann schaust du dir die Zeitlupe an, da läuft einmal Cook die Route nicht zu Ende, diese Fast Interception von Ernst Aloni, der da noch am Boden ist. Also das war jetzt nicht der Fehler zum Beispiel von Allen. Aber es waren schon zwei, drei dabei. Da fragt man sich, wo hat er hingeworfen und warum da? Die Red Zone Interceptions völlig richtig, da hat er die Defense falsch interpretiert, falsch gelesen. Man sieht dann einfach einen Safety bzw. einen Corner, der plötzlich da mit reinkommt, weil man natürlich die Routen inzwischen auch kennt. Er sieht mir nicht so zuversichtlich aus, nicht so selbstsicher, wie man ihn kennt. Er weiß nicht, wann soll ich laufen, wann soll ich nicht laufen. Von daher ein bisschen Aufbauarbeit. Denn dass er es kann, das hat er dann am Ende wieder bewiesen. Also dass es nicht am Wurfarm offensichtlich liegt. Das Ding auf Stefan Dix in den letzten 23 Sekunden hat er wieder allen gezeigt. Ich glaube, da hat er ein Fenster gehabt von 20 Zentimeter. Mehr war das nicht. Zwischen zwei Seftis rein, das Ding punktgenau zu knallen über, was waren es, 40, hat es knapp, ich glaube 36. Da hat man gesehen, also der Ellbogen, vor allem, er sagt das selber, wenn er Überkopf wirft, also diese Bewegung ist okay, Seidarm, dann tut es ihm hier ein bisschen weh. Die muss er halt vermeiden. Aber werfen kann er. Ja, also das war ja auch, als diese Verletzung passiert ist gegen die Jets, glaube ich, war ja auch dieser letzte, ja, war ja kein Hail Mary, aber es war weit tief in der eigenen Hälfte raus, ein ganz langer Pass, der dann gedroppt worden ist, glaube ich, von Gabriel Davis. Beziehungsweise Soß Gardner war da auch nicht ganz unschuldig, also hätte man auch OPI pfeifen können. Aber da hat man ja auch schon gesehen, okay, Adrenalin hin oder her, aber es scheint jetzt wohl an der Wurfstärke, an der Kraft nicht zu liegen. Vielleicht eher so kleine Nuancen, die dann halt ihn ein bisschen inakkurat werden lassen bei den kurzen, mittleren Pässen. Mal sehen, sie haben das Spiel trotzdem gewonnen, das ist ja entscheidend. Und ja, sie stehen jetzt gut da. Es wäre ja nicht das erste Team, was so Mitte der Saison einmal so einen kleinen Slump hat und vielleicht haben sie den jetzt gerade, inklusive Josh Allen, und gewinnen aber das Spiel trotzdem, deswegen alles gut. Apropos alles gut, die Dallas Cowboys-Günni stehen es bei 8 zu 3. Haben ein sensationell wichtiges Spiel, glaube ich, in dieser Division, die ja sehr eng ist und die Giants standen vor dem Spiel bei 7 zu 3, jetzt bei 7 zu 4. Haben also diesen Vergleich schon mal gewonnen. Zu Hause gewinnen die Cowboys mit 28 zu 20. War dann, erst der hat sie ein bisschen dünn, oder? Hast du dir da schon Sorgen gemacht? Ich weiß, du bist ein sehr sachlicher Fan, aber was ist heute los? Nein, nein, das darfst du nicht verwechseln. Wenn ich nicht am Mikrofon sitze, bin ich nicht unparteiisch. Frag mal die Kollegen, wir sind ja nach unserer Übertragung noch in der Sportsbar, haben alle zusammen das Cowboys-Spiel angeguckt. Die wissen natürlich alle um meine Leidenschaft und deshalb wurde das toleriert. Es war wieder so ein typisches Spiel. Die Giants fühlen sich in dem Stadion wohler als die Cowboys, hat man immer das Gefühl. Also ich habe jetzt nicht genau die Bilanz vor Augen, aber ich glaube, dass die Giants mehr Spiele im AT&T gewonnen haben gegen die Cowboys als umgekehrt. Das ging ja schon mit dem ersten an, im Eröffnungsspiel, wo Eli Manning sich dann verewigt hat in der Kabine. Und Thanksgiving und du bist Favorit. Es gibt nichts Schlimmeres, als Cowboys-Fan zu sein und dann in ein Spiel zu gehen, das du eigentlich klar gewinnen musst. Letztes Jahr Denver Broncos, oder war es schon vor zwei Jahren? Und jetzt verlieren sie ja in Green Bay, fragen sich auch alle, wie geht sowas? Und dann kommt jetzt eben dieses Thanksgiving-Spiel, die Giants, die immer unangenehm sind zu spielen. Klar, die Visionsrivale dazu. Man soll ja nie drüber lamentieren, aber die Schiedsrichter haben schon ein paar sehr seltsame Entscheidungen getroffen, da in der ersten Halbzeit, finde ich. Also PI gegeben gegen Cowboys, auf der anderen Seite eigentlich für mich optisch und auch für die anderen, die das gesehen haben, der gleiche körperliche Einsatz und da kommt nichts. Also das alles zusammengenommen führt dann eben zu einer Halbzeitführung, aber nur 13-7, also nur sechs Punkte. Das war das Gute, dass sie am Schluss eben nur Field Goals zugelassen haben. Und die Hoffnung ist da und plötzlich ist Deck aufgewacht und die Defense ist solide. Also die ist jetzt nicht mehr oder war in dem Spiel nicht so überragend wie gegen Minnesota. Das kannst du auch nicht jede Woche abrufen, aber sehr, sehr solide. Und gegen die ist es wirklich schwer, konstant zu punkten. Was ich jetzt auf Seiten der Giants schon bemerkenswert fand und was für mich dann auch irgendwie so ein Zeichen ist, okay, sie überperformen schon in der Saison und sie stehen halt, sie haben jetzt einen Rekord, der wirklich vielleicht nicht zwingend die Qualität im Kader widerspiegelt. Vor allem, wenn du dann eben siehst, wenn sie dann zu Hause gegen Detroit verlieren, das darf dir halt dann nicht passieren, wenn du wirklich in die Playoffs kommen willst oder da vielleicht sogar die Division gewinnen willst. Dann eine Woche später gegen den Divisionsrivalen und führst zur Halbzeit zwei Interceptions von Deck Prescott. Es läuft nicht rund für die Cowboys und dann machen sie aber halt so gar nichts draus. Und ich finde, es ist schon relativ eindeutig, wenn du Sequon Barkley botteln kannst, was passiert ist. Das haben die Lions letzte Woche auch geschafft. Auch diese Woche, ich glaube, knapp über 30 Rushing-Arts, ein Touchdown, okay. Aber den haben sie im Griff gehabt und dann ist halt nicht mehr viel. Was ich auffällig fand, die Giants sind ja gar nicht mehr tief gegangen. Und das hätte ja funktioniert. Ich glaube, die Cowboys haben da diesen Brown, diesen Anthony Brown, der zweite Cornerback, neben Trevor und Dix, der hat ja durchaus schon gezeigt, dass er anfällig ist. So ist es ja nicht. Gleich am Anfang. Erster Dreifel, der lange Pass auf Slayton. Also es hätte durchaus funktionieren können. Playcalling, ja, kann man durchaus hinterfragen bei den Giants. Aber ich sehe es genauso. Es ist natürlich immer blöd, wenn ich das sage, als Cowboys-Fan und dann in der NFC East. Aber ich sehe auch die Giants ein bisschen überbewertet. Das heißt ja immer, und das ist ja nicht unrichtig, you are what you are. Jetzt sind sie sieben, vier. Das sind sie auch. Die können schon sehr unangenehm sein für jeden. Die wissen aus ihren Möglichkeiten, das Maximale rauszuholen. Aber Playoffs ist im Moment zumindest das Höchste der Gefühle. Aber auch das wissen wir bei den Giants. Frag mal bitte Tom Brady oder Bill Belicic, wie durchschnittliche Giants-Teams dann in den Playoffs plötzlich über sich hinaus wachsen. Ja, die Geschichte lehrt uns das. Ich frage mich halt nur, mit welchen Receivern sie das dann zum Beispiel angehen. Also man redet ja immer über die Packers. Und jetzt mittlerweile ist es ja nicht mehr so. O.B.J., O.B.J. Ja, genau. Das wäre die Frage. Wo geht er denn jetzt hin? Geht er zu den Cowboys oder zu den Giants? Also, wenn er vernünftig ist. Also mir hat er gesagt, ich habe extra vor der Sendung nochmal mit ihm telefoniert. Dankeschön. Und das auch exklusiv übermitteln zu können. Keine Ahnung. Das sagen alle. Das hat er gesagt. Das wird natürlich geworfen. Genau, das hat er gesagt. Ich habe natürlich, ihr wisst ja alle, ich habe natürlich die Telefonnummer. Natürlich. Nee, also. Wer sonst? Er wird nur zu einem Team gehen, mit dem er sich vollkommen realistisch Superbowl-Cancen ausrechnet. Damit können wir die Rams schon mal streichen. Jetzt haben wir noch Kansas City auf der Liste, die aber mit Kadaris Toney, glaube ich, jetzt schon mal, die müssen jetzt nicht zwingend nochmal nachlegen auf der Receiver-Position. Da sind sie, glaube ich, jetzt gut besetzt. Die Bills wurden interessanterweise auch mal genannt. Sehe ich jetzt auch die Notwendigkeit nicht unbedingt. Er besucht jetzt, da gibt es keinen neuen Stand. Er besucht wohl jetzt in der kommenden Woche sowohl Dallas als auch New York. Aber die Giants jetzt durch die Niederlage, glaube ich, sind ein bisschen zurückgesetzt worden. Und in Dallas wird er ja mit offenen Armen von allen empfangen, umworben. Wird spannend. Wird spannend. Und er wird ihnen ja nicht schaden. Ich meine, die Stärke der Cowboys-Offense letztes Jahr und auch vor zwei Jahren, glaube ich, schon, war ja dieses Trio mit Amari Cooper, C.D. Lamb und Michael Gallup. Genau. Und jetzt hast du halt Gallup als klare Nummer zwei, kommt aber aus einer schweren Verletzung. Vielleicht braucht er noch ein bisschen. Aber er stellt halt jetzt im Moment keine große Gefahr dar. Da muss es halt Dalton Schulz übernehmen, der zwei Touchdowns macht. Aber um halt die NFC zu gewinnen, und das wollen sie sicherlich, und die Eagles dann in den Playoffs vielleicht auch zu schlagen, braucht es halt schon noch eine Waffe. Also es wird schon Sinn machen. Und ich glaube, so eine aufgewärmte Liebe bei den Giants, ob das eine gute Idee ist, bin ich immer skeptisch, ob das so sinnvoll ist. Weil sie sind ja nicht gerade im Frieden geschieden. Genau. New York zieht halt als Stadt. Und er ist ja auch ein Medienmensch, steht im Mittelpunkt immer noch. Und wenn du Umfragen machst, glaube ich, ist der drittbeliebt, dass die Spieler, obwohl er gar nicht spielt momentan immer noch, sagen die, die den neutralen Fans, warum sie Football schauen oder wen sie sehen wollen. Also das ist schon eine Figur, die gerne im Rampenlicht steht. Von daher würde New York natürlich durchaus passen. Aber bei den Cowboys, das ist genau das Puzzlestückchen, das fehlt zu einer überragenden Offense, so wie wir sie letztes Jahr ja auch gesehen haben. Cedric Wilson wollen wir nicht vergessen, der da eben eine sensationelle Saison gespielt hat. Zurecht dann auch einen guten Vertrag halt woanders bekommen hat. In Dallas ist kein Geld mehr da. Dieser dritte Receiver in dieser Offense ist enorm wichtig. Und da würde er, wenn er den, weiß ja kein Mensch, ich meine im Februar Kreuzbandriss, wenn er nur annähernd an seine Leistungen anknüpfen kann, dann ist er genau das Teilstückchen, sage ich mal, das macht es dann jedem Defense-Koordinator auf der anderen Seite richtig schwer. Gut, also wir tippen auf die Cowboys, da gehe ich dann mit. Es wäre auch geil, es wäre auch geil, es wäre auch so logisch irgendwie. OBJ nach Dallas, also ich meine, das schreit doch danach. Wenn wir jetzt den Truthout an der Woche küren würden, jetzt kommt noch ein Spiel, aber gerade defensiv. Also im ersten Spiel war es Ed Oliver von den Bills, den haben wir noch nicht erwähnt, sollte man vielleicht tun. Der hat ein überragendes Spiel gemacht. Und gegen zwei Backup-Guards natürlich bei Detroit, aber trotzdem. Also der hat das Spiel fast dann für die Bills gewonnen, wenn man so will. Aber ich meine, kann man besser spielen als Micah Parsons. Wieder mal, ich glaube, neben Alden Smith, damals bei den 49ers, dann aber Probleme mit bestimmten Substanzen. Aber war ja sensationell damals in San Francisco, in den guten Jahren, die sie da hatten, und immer sich mit Seattle gebattelt haben. Und Alden Smith hatte zwölf oder mehr Sacks in seinen ersten beiden NFL-Jahren. Und Reggie White, und da kommt schon Micah Parsons. Geht ja da nicht das Herz auf schon, gell? Also das ist schon ein spezieller Spieler. Generell bin ich ja mit den Drafts in den letzten Jahren sehr, sehr zufrieden. Also da machen sie viel Gutes. Wie sie da mit den Talenten umgehen, das kann man vielleicht ein bisschen anders handeln. Sieg Elliott so einen Vertrag zu geben. Aber auch aus seiner Sicht vollkommen verständlich sieht man ja jetzt und bei vielen anderen Running Backs, das Leben ist sehr kurz. Also musst du am Höhepunkt noch schnell schauen, dass du was rausholst. Also absolut legitim. Ist halt für die Teamstruktur ein bisschen kompliziert. Jetzt spielt er wieder ein bisschen besser. Man hat das große Glück, dass man halt mit Pollard noch eine super zweite Option hat. Tony Romo hat es auch angesprochen. Du hast in Dallas nie die Not, dass du sagst, ich kann nicht verhandeln, ich kann nicht fordern. Weil eben Jerry Jones, hat er auch bei Dak Prescott von Anfang an klargemacht, der geht nirgends hin, der bleibt hier. Was es natürlich dann für die Verhandlungen nicht einfacher macht, für die Spieler natürlich schon. Also da könnte man ein bisschen anders vielleicht zu Werke gehen. Aber generell trinken sie sehr, sehr gut. Cleverer. Der ein oder andere Receiver, der dann immer rumrennt und woanders zum Star wird. Klar, die beschweren sich dann und spielen gut, vor allem gegen die Cowboys. Aber insgesamt ist das wirklich sehr, sehr gut. Gekrönt auch wieder. Gerade Defense haben sie ja doch ein paar gute Picks gehabt. Jalen Smith ist jetzt nicht so aufgegangen, wenn die Verletzung doch zu schlimm, auch wenn er jetzt bei den Giants wieder ganz ordentlich spielt. Aber er ist halt nicht der überragende Spieler, dass du einen Zweitrunden-Pick hergibst und weißt, der spielt jetzt mindestens ein Jahr nicht. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Aber Micah Parsons, den haben sie sich da rausgesucht und den dann auch so einzusetzen, muss man auch sagen. Der ist ja wirklich Mr. Everywhere und von daher auch ganz schwer zu kontrollieren, weil du nie weißt, wo kommt er her? Kommt er oder kommt er vielleicht dann doch nicht und fängt so ein Ding mal ab? Naja, er spielt ja quasi die klassische Edge-Position. So kommt er auf die meisten seiner sechs. Aber wenn er dann mal als Inside-Linebacker, was er ja eigentlich im College war, wenn er dann mal auf seiner angestammten, in Anführungszeichen, Position steht, dann blitzt er halt auch gern. Und da war jetzt auch am Donnerstag auch wieder so eine Situation. Da wurde es vom Kommentator auch angekündigt. Achtung, Achtung, achtet auf Micah Parsons. Natürlich kommt er dann durch die Mitte geschossen mit 400 und ja, dann siehst du als Guard natürlich schlecht aus. Also Mike McCarthy, muss ich sagen, ich bin, ja, sieht besser aus, als ich dachte. Mich hat es damals überrascht, dass er überhaupt noch Trainer ist, aber er macht anscheinend vieles richtig. Und Dan Quinn. Ich meine, Dan Quinn muss man erwähnen, weil das ist das Entscheidende gerade, glaube ich, diese Defense, weil eine gute Offense hatten sie in den letzten Jahren. Die ist eher schlechter geworden, weil Amari Cooper weg ist, aber die Defense ist schon geil. Was ist dein Tipp? Komm, schnell, raus, hau raus. Conference Championship Game. Mit Dan Quinn? Nee, mit den Cowboys. Ja, also Cowboys. Die Probleme fangen ja dann erst an und sie haben große Schwierigkeiten. Meine große Hoffnung ist ja, dass sie eben die NFC East wahrscheinlich nicht gewinnen werden, dadurch Wildcard irgendwo auswärts antreten. Da können sie gut gewinnen, ohne Druck. Und dann warten wir es ab. Nee, ich sage schon, NFC Championship Game. Ja, so schaut es nämlich aus. Apropos NFC Championship Game. Kommen wir zum letzten Spiel. Da haben wir nämlich so einen Anwärter. Die Minnesota Vikings, die letzte Woche gegen die Cowboys massivst auf den Sack bekommen haben, um es mal so zu formulieren, 40 zu 3. Es ist immer noch unfassbar. Zu Hause vor allem. Jetzt spielen sie wieder zu Hause gegen die Patriots. Primetime Kirk Cousins. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, aber in einem sehr unterhaltsamen Spiel, 33 zu 26, Günni. Warst du da so überrascht wie ich, dass das so lustig war und beide Quarterbacks gut gespielt haben? Muss man wirklich sagen. Vor allem nach dem 3 zu 3 der Patriots gegen die Jets, dass dann am Ende doch ein Punch Return noch ein anderes Ergebnis gefunden hat. Aber das war ja offensiv traurigst. Auch von den Patriots. Also nicht nur von Zach Wilson, auf den sie einprügeln in der ganzen Liga und alle Medien. Nee, sehr überrascht. Was Mac Jones dann doch kann plötzlich und dass er auch Rezi war, die Bälle fangen können und lange Bälle. Nee, war schön anzuschauen. Ging schön rauf und runter. Kirk Cousins ist für ihn wichtig natürlich und für das Team, dass er tatsächlich bewiesen hat, er kann auch in Primetime-Spielen abliefern. Sorgen muss man sich natürlich machen um die Defense. Erst 40 von Dallas eingeschenkt und dann von den enämischen, wie sie viele sagen, New England Patriots, ist auch 26, also das sollte er ein bisschen Sorgen machen. Naja, die Vikings Defense ist ja eher so eine Band-Don't-Break-Defense. Also die sind jetzt so statistisch immer so maximal im Mittelfeld, aber was jetzt die Punkte, zumindest bis vom Spiel gegen die Cowboys war es so, was die zugelassenen Punkte betrifft, sind sie halt schon vorne mit dabei gewesen, aber halt was die zugelassenen Yards betrifft und alle anderen Metriken, die man da hat, waren sie halt höchstens Mittelmaß. Also da gebe ich dir recht, das glaube ich könnte ein Problem werden, aber die stehen halt jetzt bei 9-2 und haben Justin Jefferson. Wie gut, meine Güte, ist Justin Jefferson? Und ist jetzt dieser Trade mit Stefan Dix, also Stefan Dix quasi für Justin Jefferson, weil dieser Draft-Pick wurde ja dann Justin Jefferson, Stefan Dix ist damals zu den Bills gegangen für einen First-Round-Pick. Ist das der beste Trade in der Geschichte der Menschheit? Weil alle sind glücklich, es gibt keinen Verlierer in der Geschichte, oder? Win, 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 win. Ja, ja, ja. Total. Gut gemacht. Keine Ahnung, was damit mit Stefan Dix los war in Minnesota, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Er fühlt sich wohl, wo er jetzt ist, sie fühlen sich wohl. Mit Jefferson haben sie ja einen wahrscheinlich noch besseren Receiver. Viel besser geht ja nicht als Stefan Dix. Eine kleine Nuance vielleicht. Jefferson, er ist noch jünger, er ist deutlich günstiger, im Moment zumindest noch. Von daher alles richtig gemacht, super Pick und passt halt da perfekt rein. Er hat mit Adam Thielen den Papa, der ihn an die Hand nimmt und ihn in die NFL einführt. Das darf man ja nie unterschätzen, wie wichtig das ist, gerade auch für so einen jungen Receiver, dass er da gut aufgenommen wird und nicht erst mal, du musst dich beweisen und ich bin hier der Star. Also da ist viel, viel richtig gemacht worden und er belohnt durch Woche für Woche grandiose Leistungen. Und dem werden wir noch viel Spaß haben. Jetzt vielleicht noch ein Wort zu Kevin O'Connell, weil wenn es dann mal wieder heißt, oh, dieser Sean McVay Coaching Tree, ich habe mit Juan Fatah mal drüber gesprochen, und er hat gesagt, Moment, Moment, ein Coaching Tree kann doch keinen Coach haben, der ein paar Jahre in der Liga ist, so nach dem Motto. Aber sagen wir mal, Head Coaches, die früher im Coaching Staff von Sean McVay waren oder mit ihm mal zusammengearbeitet haben, also das funktioniert schon deutlich besser als bei Belichick. Also es funktioniert häufiger, als es nicht funktioniert. Und O'Connell war Offensive Coordinator bei den Rams, hat den Super Bowl gewonnen und ist dann Head Coach gewonnen. Da haben einige so mit der Stirn gerunzelt. Gehörtest du auch zu denen, weil er ja ein sehr unerfahrener, unbekannter Name war eigentlich? Nö. Zu Belichick muss man sagen, er hat ihn gedraftet damals. Als Cordereck? Hat er ja auch einiges mitgenommen, also hat er schon den Belichick-Way auch gelernt. Stimmt auch wieder, ja. Also er weiß schon, wie das geht, hat das dann verfeinert mit Sean McVay. Natürlich war er erstaunt, also gerade, es war schon irgendwo absehbar, dass natürlich nach den Mike-Simmer-Jahren und mit Stefanski im Staff, dass die Vikings versuchen werden, irgendwo einen Offensiv-Minded Coach zu finden, dass sie den ausgewählt haben. Er muss halt dann offensichtlich auch bei der Vorstellung entsprechend gut sich präsentiert haben. Ich war erstaunt, aber wie wir jetzt sehen, war es die absolut richtige Entscheidung. Ist jung, klar, aber Jugend ist ja jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Gebt sich dann auch von selber auf im Laufe der Jahre und passt da gut rein. Also mach genau das mit dem Team, was man sich eben erhofft hat. Die Defense, wie du sagst, die steht solide, versucht möglichst wenig Punkte zuzulassen. Die Jards sind uns jetzt nicht so entscheidend. Ab und an kommt ein Team, das geht auf den Plan nicht ein, überrennt sie dann. Das passiert natürlich bei so einer Art von Defense. Wenn du da zwei, drei Big Plays drin hast, die Schlüssel findest, aber ansonsten ist die solide und jetzt ist da eine Offense, die auch, wenn Cook nicht alles in Grund und Boden läuft, trotzdem funktioniert. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Ja, die Cowers letzte Woche haben es eigentlich als erstes Team so wirklich geschafft, Jefferson komplett rauszunehmen. Großer Faktor war, glaube ich, Trevon Dix in dem Spiel tatsächlich, obwohl er jetzt keine Interceptions mehr hat, so wie die letzten Jahre. Also nicht mehr in dieser Zahl, aber vielleicht spielt er auch ein bisschen anders und vielleicht geht er nicht immer auf das Big Play und geht nicht immer so viel Risiko, sondern konzentriert sich halt auf seine Hauptaufgabe. Deswegen hat es mich jetzt gegen die Giants überrascht, dass sie nicht von Anfang an gesagt haben, komm Dix, nimm den Slayton raus, weil sonst haben die da nichts. Kenny Golliday übrigens. Null Targets. Null. Das ist der schlimmste Trade in der Geschichte. Der hat ja gespielt. Wieso? Hat man den nicht gesehen? Ja, ja. Ich habe genau das Gleiche heute gedacht. Der Mann Dix spielt anders, in der Tat. Der versucht jetzt mehr am Mann zu bleiben und die Pässe abzuwehren und nicht abzufangen. Und das ist sehr, sehr gut. Letzte Woche noch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war in der Statistik halt Nummer eins in den abgewehrten Bällen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Du kommst jetzt nicht mehr so zu den einfachen Touchdowns gegen ihn, wie noch vergangenes Jahr, was ihm ja immer vorgeworfen wurde. Genau. Also massiver Disrespect finde ich bei Trevor und Dix, weil der war dann in dieser Schublade, okay, der geht immer aufs Big Play, aber den kannst du halt auch vernaschen und dann ist halt immer ein langer Touchdown, weil er halt wieder egoistischerweise versucht hat, da in diese Route reinzujumpen und dann aber den Fehler macht, dass er hinten offen ist. Wie auch immer. Guter Mann. Kommen wir dann noch zu einem Preview, zu einem kurzen auf Sunday Night Football. Die Eagles spielen in Schwarzgünni. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Mit schwarzen Helmen, komplett schwarz. Das wird grandios, glaube ich, rein optisch gegen die Packers. Hoffentlich wird es nicht traurig für die Philadelphia Eagles. Das ist wahrscheinlich ein Statement. Wegen der Katar-WM spielen sie ganz in Schwarz. Irgend so was. Aber ich glaube nicht, ganz ernsthaft, das ist halt ein so gutes Team, von vorne bis hinten gut gecoacht, mit der entsprechenden Stimmung. Da müsste Green Bay alles aufbieten, alles richtig machen, um da eine Chance zu haben. Auch wenn natürlich bei Philly auch so ein kleiner Miss-Season-Slump, aber den haben sie gut überwunden. Niederlage gegen die Commanders. Okay, das kann passieren. Ungeschlagen geht man heutzutage eigentlich nicht mehr durch eine Saison. Die haben sie nicht ganz ernst genommen. Denen ging auch alles auf. Es gibt so Spiele. Dann mühen sie sich 60 Minuten lang gegen Indianapolis. Auch das war eigentlich so ein bisschen zu erwarten gegen ein Team, das sie durch den Coaching-Staff natürlich bestens kennt. Da hat Indianapolis sehr, sehr gut reagiert. Und die haben halt auch eine richtig, richtig gute Defense. Die können da schon dagegen halten und mit dem Laufspiel dann auch die Uhr ein bisschen kontrollieren. Aber das war für mich zu erwarten, dass das Indianapolis dann stärkerer Gegner wird, als viele gedacht hätten. Am Ende gewinnen sie ja mit einem Punkt. Mehr muss es nicht sein. Das war das Lamp sozusagen. Und ich glaube, jetzt biegen sie wieder auf die Gerade ein und spielen dann an Heiligabend, glaube ich, oder am 1. Feiert irgend sowas, spielen sie gegen die Cowboys, das Rückspiel. Und das befürchte ich, aber ist dann schon nicht mehr entscheidend. Da haben wir ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, über dieses vermeintlich leichte Schedule der Eagles. Und da gehörte jetzt, sage ich mal, das Spiel gegen Green Bay. War dann eher eins von den Spielen, die noch komplizierter sein könnten. Also Rodgers würde ich ja nie abschreiben, auch in so einem Spiel nicht. Und man muss sagen, in den beiden Spielen jetzt, was jetzt die Niederlage gegen Washington und der knappe Sieg gegen Indianapolis, was für mich auffällig war, ist, dass diese Outside-Cornerbacks, also Darius Slay und James Bradbury, die waren ja absolut unbesiegbar in den ersten Wochen. Und die große Stärke der Defense, natürlich neben dieser D-Line, aber Terry McLaurin hatte ein Riesenspiel gemacht, sowohl gegen Slay als auch Bradbury. Das ist ja nicht so, dass da einer, weil sie ja beide gut sind, deswegen können sie auch da schön übergeben und das nicht so kompliziert machen, wie wenn du jetzt einen Cornerback auf einen Receiver abstellst, weil du nur einen guten hast. Und dann musst du aber ständig hin und her flitzen und alle anderen müssen aufpassen, okay, ich muss auf die andere Seite rüber den Receiver Nummer zwei decken und so weiter. Das haben sie eigentlich nicht das Problem. Aber Michael Pittman letzte Woche hat auch ein gutes Spiel gemacht als Outside-Receiver. Also theoretisch könnte Christian Watson wieder zwei Touchdowns machen, oder wie viel macht er, Günther? Was sagst du? Ja, wenn er 100 Prozent fit ist. Also Sie sehen die Not ja nicht, die Eagles in ihrer Rückraumverteidigung sehe ich auch jetzt nicht zu zwingen. Man kann sie ja attackieren. Es gibt keinen Cornerback, der alles verhindert. Auch Sos Gardner nicht und zwar auch Daryl Rivas nicht und so weiter. Es gibt schon ein paar richtig gute, da ist es ganz schwer, aber Null geht gar nicht. Probleme eher die Laufverteidigung, aber da hat man halt mal kurz zugeschlagen und hat sich nicht eingeholt. Nein, man holt sich Damakon Suh und holt sich Lindwall Joseph. Zwei Brocken, die da in der Mitte dicht machen und mit ihrer Erfahrung, die es auch nochmal wissen wollen und sich nochmal einen Ring an den Finger heften. Also das war auch so all in, klingt immer so komisch, aber die wissen schon, so eine große Chance wie im Moment, werden sie so schnell nicht wieder kriegen. Also alles reinwerfen, was irgendwie möglich ist und dann wird das Ding schon normalerweise bis nach Arizona führen. Naja, es gab ja schon ein paar Teams in der Eagles-Geschichte, die bei 9 und 1 standen, 2004 und 2017 zum Beispiel. Immer im Championship-Game. Genau, so ist es. Also es sieht doch alles ganz gut aus. Ich habe nachgelesen. Nein, das hast du doch im Kopf. Ich meine, das hast du ja alle selber kommentiert, die Championship-Games. 1940 war ich natürlich schon dabei. 49, 60, 80, immer dabei gewesen. Wie ist denn dein Tipp? Haben die Packers eine Chance oder nicht? Oder doch? Nein, nein, überhaupt nicht. Jetzt sage ich es mal so. Weil ich bin einer, der glaube ich jetzt 10 Wochen lang immer, nein, das sind die Packers, es ist immer noch Aaron Rodgers, die werden das schon irgendwie wuppen und die darfst du nie abschreiben. Ich habe dann gehofft, dass ich natürlich gegen die Cowboys da auch wieder Unrecht habe. Da war es anders. Aber selbst das hat mich dann nicht überzeugt, wer gegen die Detroit Lions verliert, obwohl er nur 15 Punkte zulässt, gegen eine wirklich sehr, sehr gute Offensive. Der hat gegen die Eagles nicht den Hauch einer Chance. Also ich sage mal, zwei Tatschdons Vorsprung für Philadelphia 27 und 2013. Stimmt, ich wollte ja noch nachschauen, welche deiner Tipps bis jetzt aufgegangen sind. Aber das machen wir zum Schluss. Lass es. Kleiner Tipp, genau. So zu Weihnachten. Ganz am Ende, da kriegst du dann fünf Gänse, weil du so viel richtig gemacht hast. Da muss ich dann durch, hilft ja nichts. Danke dir, Günther. 17 ist ja nicht so viel. Nein, das geht schon. Das haben wir im Socken, wenn wir ins Freibad gehen, hat ein ehemaliger Trainer immer gesagt. Ach komm, die 100 Euro. Gut, Günther, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Du fliegst in den Urlaub. Das ist schön. Und ich wünsche euch eine schöne Woche 12 und wir hören uns hier wieder demnächst. Sagen wir es so. Demnächst. Demnächst in diesem Theater. So ist es. Servus. Servus. Servus.